Herzlich Willkommen bei Sender Voice und Konsorten. Es ist Frühling, wir sind da, es geht los im Bikepark Olpe. Im Bikepark Olpe geht es jetzt los. Und wir sehen im Hintergrund schon die ersten Mitstreiter und ich würde jetzt mal die Mitstreiter bitten einen kleinen Tanz aufzuführen. In 3, 2, 1, tanzen. So Freunde, da sind wir wieder. Back im Bikepark. Diesmal in Olpe. Einer der ersten Bikeparks, die jetzt hier aufgemacht haben bei diesem wunderschönen Wetter. Die Sonne kommt so langsam raus, ist noch ein bisschen frisch, aber wir haben richtig Bock. So, wir sind jetzt gerade hier runter gefahren und wie das dann immer so ist beim ersten Mal Bikeparken, müssen wir wieder zum Auto, weil hier und da doch noch mal das Werkzeug rausgeholt werden muss. Bei dem einen steigt die Bremse, dem anderen ist die Gabel zu hart. Wir haben auch nur ein Halbtagsticket gekauft, von daher bin ich sehr zuversichtlich gestimmt, dass wir bestimmt drei Abfahrten heute hinkriegen werden. Du musst jetzt sinken oder nicht? Was muss ich? Du musst doch jetzt wieder Luft rauslassen oder nicht, habe ich jetzt verstanden. Ja, ich denke wir fahren jetzt zum Auto. Ja, Bombe. So meine kleinen Augli-Spatzen. Auf geht's. Also einmal zum Parkplatz, ja? Ja. Oh, Hecken, hör mit deiner Uhr auf. Ja, ich muss doch wissen, wie gut ich performe. Hart wie Sau, ey. Ich weiß nicht, ob das die hohe Stellung ist. Oh Mann, ey. Da kannst du voll vergessen, der Bike in der Stellung. Der hat es voll am Hoppeln. Was denn? Über die Wurzeln jetzt. Ist hinten so hoch geflogen. Dein Hintergrund? Ach so. Aber was hast du denn umgestellt? Der ist der Flipchip noch hoch. Ach, wirklich? Ja. Fühlt sich auch echt stiff an. Alle hatten ihren Karren am Schrauben, ey. Eine halbe Abfahrt. Was für schade ist es dann. Da war der Name schon drauf. Rumpel. Ja, Professor Doktor Dominik guckt sich das an. Und Chef Doktor Frank ist dabei, das Gerät zu reparieren. Mein Gott, ich greife da mal auf jeden. Habe ich. Ja, Bombe. Wer Brems verliert, brauchst du eher ein bisschen, aber kommst du mächtig hier. Alter, wenn du nicht Trickster Scheibe fährst, da können wir dir keinen Support geben. Du bist auch so ein Support. Ja, komm ich weiter. Mit dir mal sehen, wie du zu mir bist. Du weißt, dass ich einen Migrationshintergrund habe, ne? Ich muss ja nicht nur Deutsch lernen, ich muss ja auch noch Englisch lernen. So, da sind wir wieder. Henken, du fährst aber auch wieder im Gang des Jahrhunderts, ey. Und wieder geht's vom Parkplatz aus zum Lift. Juhu. Lass die Bremse offen, Bruder. Lass die Bremse offen, Bruder. Wuhu. Na Rolski, Na Rolski. Geile Jacke, Bruder. Juhu. Juhu. Genau das selbe. Lass mal ballern hier. Ja. Ai, ai, ai. Wuuu. Juhu. Arriba. Boah, ist das unruhig, das scheiß Wald, ey. Da gibt's doch nicht. Boah, ne. Geilste Table im Park, ey. Sind die, oder? Juhu. Wauu. Ha. Du kannst dich einfach anhalten, nochmal strecken. Was hier? Ja, das geht los. Hau, noch eine abwand, dann hol die Jacke mal ausziehen, glaube ich hier. Boah, Alper enttäuscht zumindest, was die Laune betrifft nie. Ja, also. Schön, dass ihr wieder bei euch seid. Eieieiei. Sollen wir anhalten, oder sollen wir durchfahren? Ja, durchfahren. Durchfahren, okay. Was soll ich sagen, Frank? Boah, hier ist der Vollmatsche, ey! Alter, hier ist der Vollmatsche-Patsche da, ey! Fett, Bruder! Was denn? Nein, eigentlich nicht. Das lief alles easy, fand ich. Sehr gut. So, wo möchtet ihr entlang? Hier runter? Und dann Brücke oder unter der Brücke? Sag was, sag was. Ich weiß nicht, von mir soll Brücke nochmal. War nämlich übel gerade. Ja, dann Brücke. Brücke? War nämlich übel gerade. So ein Gummifropfen. Das sieht aus wie ein Kondom. Ich fahr. Okay? Okay. Also Freunde, dann nehmen wir euch mal mit auf die Downhill. Am Steinfeld vorbei. Rein in die fetten Drops. Hier hoch. Es ist easy-weezy. Up zum Road Gap. Auf dem Schloss Bums krabbern die Nüsse. Auf dem Schloss Bums krabbern die Nüsse. Auf dem Schloss Bums krabbern die Nüsse. Oh, neue Streckenführung. Meine Fresse, ey. Einmal gerührt und nicht geschüttelt. Da sind ja auch hoffen Stepdowns, oder? Der ist schon wieder so. Ja? So, wie kommt man denn jetzt hier hoch? Die äußere. Also nicht zur Brücke. Nein, wir fahren unter der Brücke. Okay. Ah, das ist mein Bike. Wow. Schön, dass du wieder da bist. Da kam auch gerade so eine Stichflamme und Funken und dann war auch Ruhe im Karton. In einem durch den Run jetzt? Ja, okay. Das war die Brücke. Durch. Egal, warte, du machst nicht, aber fahr ich. Ich seh nicht, als ich nichts mehr. Fang. Jawoll! Mit전� Sand tr一定要. Näht auf, die! Tai, anst du einfach! Damit soll ich die Stichflamme. Wir schauen uns in Standby. Oh, Fühle. Ein von dem Niki-Boy hinterher. Oh, was haben wir denn hier? Rutsche, rutsche. Ja, war ok. Das war's mit dem Nick und dem Dom und dem Frank, der wieder verschwunden ist. Unsere Bikepark-Wiedereingliederung für Frank und Hakan. Dankeschön an die Wiedereingliederungshelfer der AOK Neumünster, Dominik und Nick. Anfänglicher Struggle besiegt. Wollt ihr noch irgendwas sagen? War heute ein bisschen ruhigere Nummer. Props am Dom, Grippejumper heute. Der ist hier mit 40 Fieber am Trail und hat uns nicht hängen lassen. Deswegen schaltet ein, abonniert den Kanal. Und die Glocke. Und die Glocke. Und... Keine Ahnung. Ich bin im Arsch. Erstmal ein schönes Doppelbrötchen. Erstmal ein Doppelschnitzel. Oder? Was habe ich gesagt? Doppelkotelett. Oh Leute. Eupel kann man immer hinkommen.